ByteDance hat heute neue Pico Hardware vorgestellt und die Rede ist natürlich von der Pico 4 Ultra. Ja, am 2. September wird das Ding schon ausgeliefert, aber all das nur in China. Also es gibt noch keinen Europa-Staat. Alle Informationen habe ich jetzt rausgesucht und wann uns das Ding jetzt bei uns zu Hause erreichen wird, das kann ich euch leider noch nicht sagen. Trotzdem möchte ich euch natürlich jetzt gerne ein bisschen mitnehmen in diesem Video, um euch die Hardware ein wenig vorzustellen, die uns demnächst auch hier bei uns erwarten wird. Ein bisschen vergleichen mit der MetaQuest 3 natürlich und ein wenig auch mit der Apple Vision Pro. Ja, weil Pico wollte ja Richtung Vision Pro so ein bisschen gehen, ein bisschen Apple-Konkurrenz machen. Und ja, es sind Neuerungen drin, die man auch von Apple kennt. Ja, ich würde sagen, wir starten durch. Natürlich erstmal mit der Hardware, was kann das neue Gerät, was ist neu drin, was ist noch von der alten Pico drin. All das, damit starten wir jetzt durch. Fangen wir mit der Hardware an, ein bisschen trockene Zahlen für euch, aber ihr möchtet natürlich wissen, was kann das neue Ding ist. Und dafür habe ich dann heute mein Tablet mit dabei genommen, weil das kann ich mir nicht alles merken. Also das eine oder andere muss ich leider ablesen, ich bitte das natürlich zu entschuldigen. Ja, vom Äußeren sieht die Pico 4 Ultra aus wie die Pico 4. Ja, das muss man einfach so sagen. Außer natürlich die neuen Sensoren in der Mitte der Brille, die fallen natürlich jetzt auf. Und das sind Time-of-Flight-Sensoren. So nennt Pico das Ganze. Es sind keine richtigen Tiefensensoren. Es ist eine günstigere Variante, um den Tiefeneffekt darstellen zu können. Die Quest 3S, ja, die ist noch nicht erschienen, aber auch sie wird auf günstigere Sensoren setzen, damit man den Preis ein bisschen drücken kann. Ja, ansonsten hat sich jetzt von der Hardware nicht ganz so viel getan bei der Pico 4 Ultra. Auf jeden Fall, was das Display angeht, was das Field of View angeht. Also das Field of View ist nach wie vor 105 mal 105 Grad. Exakt wie bei der Pico 4. Und die Pixel pro Auge, auch hier hat sich nichts getan. Es bleibt bei 2160 mal 2160. Aber Pico selber sagt, dass man es geschafft hat, dass das Display jetzt 25% heller ist als in der Pico 4. Und ja, ich selber habe es jetzt nicht als dunkel empfunden, muss ich sagen. Aber für den einen oder anderen, der vielleicht gesagt hat, hey, da geht da noch ein bisschen was. Bei der Pico 4 Ultra geht da ein bisschen was. Ja, dann haben wir 90 Hertz. Also hier hat man leider auch nicht erhöht auf 120 Hertz. Also da ist die Quest 3 immer noch Spitzenreiter. Aber 90 Hertz ist natürlich immer noch okay für cooles Virtuality. Klar, 120 Hertz ist ein bisschen besser. Aber 90 kann man eigentlich mit leben. Ja, was sich natürlich jetzt bewahrheitet hat, ist der Snapdragon XR2 Gen 2. Ja, der ist natürlich jetzt verbaut worden. Exakt der gleiche Chip wie in der Quest 3 und der auch später in der Quest 3S eingebaut wird. Also wir sind jetzt dann chiptechnisch wieder auf demselben Level. Das muss er natürlich sein, damit natürlich auch zukünftige Apps und auch Spiele auf dem neuen Pico Headset laufen werden. Weil es werden demnächst sicherlich einige Titel kommen, die nur noch auf den neuen Snapdragon laufen. Weil der alte Snapdragon ist natürlich ein Auslaufmodell. Ja, der RAM. Der Leak hat sich bestätigt 12 GB statt 8 GB bei der Quest 3 bzw. bei der Pico 4. Es wurden 4 GB mehr hinzugefügt und die kann man natürlich für Multitasking und so weiter nutzen. Eventuell auch Entwickler in Spielen, ja, um ein bisschen bessere Texturen hinzuzufügen. Ja, da müssen wir schauen. Aber ich gehe mal davon aus, Pico hat da mehr so das Augenmerk wirklich wegen, ja, Mixed Reality und Bildschirm. Da habe ich ja noch ein bisschen was zu gehabt und deswegen müssen wir schauen, was aus den 12 GB wirklich letztendlich rausgeholt wird von Entwicklern jetzt, von Spielen und Apps. Aber ich gehe mal, wie gesagt, davon aus, Pico wird die 12 GB intern schon, ja, gut verplant haben. Weil da kommt dann noch ein bisschen was. Die Auflösung für Mixed Reality wird bei der Pico 4 mit 20,6 PPD angegeben. Damit ist sie höher als bei der Quest 3, die nur in Anführungsstrichen 18 PPD schafft. Da bin ich persönlich schon sehr, sehr gespannt, ob man das dann wirklich sieht, dass die Umgebung nochmal ein bisschen realistischer rüberkommt, ne. Ja, eine Tiefenerkennung haben wir jetzt auf jeden Fall. Also vorher hatten wir ja keine bei der Pico 4. Hier bei der Quest 3 gibt es ja, wie gesagt, den original Tiefensensor und die Pico 4 Ultra, klar, die hat das natürlich jetzt auch. Und ja, das Headset selber, es ist wie vorher, also man kann nichts austauschen. Der Akku ist wieder hinten, ja, wie gehabt, wie bei der Pico 4. Bei der Quest 3 könnt ihr natürlich wieder alles modden, wie ihr irgendwie wollt. Ihr könnt das abbauen, was Neues dran machen, kennt ihr alles. Also bei der Pico 4 Ultra geht das nach wie vor nicht. Jetzt kommen wir zum WLAN und die hat Pico echt dann rausgehauen. Wir haben hier Wi-Fi Standard 7, ja. Das ist noch relativ neu, ja. Also man muss natürlich auch einen Router dementsprechend zu Hause haben, der das verarbeiten kann. Aber dann bekommt man nochmal ganz, 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 ganz geringe Latenzen. Ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man dann, ja, über Wi-Fi zocken will. Also, WLAN 7 ist mit an Bord. Die Batterie ist natürlich wieder hinten, da hat sich nichts geändert. Und die Batteriegröße, die wurde aber, ja, verbessert. Wir haben jetzt 21,9 Watt. Vorher waren es 20,4. Aber ich möchte schon mal so viel loswerden. Die Akkulaufzeit ist die gleiche. Sie wurde nicht länger. So, die Ladegeschwindigkeit wurde auch verbessert. Sie wurde verdoppelt, mehr als verdoppelt. Wir haben jetzt 45 Watt statt vorher 20 Watt. Und die Pico 4 selber hat schon mega schnell geladen. Jetzt könnt ihr natürlich vorstellen, bei 45 Watt Ladegeschwindigkeit, was dann nachher rauskommt. Die Quest 3 selber lädt ebenfalls mit 20 Watt, lädt aber trotzdem langsamer wie die Pico 4 mit den gleichen Angaben. So, dann haben wir Special Video. Ja, das kann die Pico 4 Ultra. Aber, ja, räumliches Video ist möglich, kennt ihr von der Apple Vision Pro, ne. Und da sage ich euch gleich auch noch ein bisschen was zu. Speicher. Die Quest 3 gibt es mit 128 GB, ist im Buschel wenig. Habe ich selber auch, habe ich ein bisschen verkauft. Oder halt 512 GB. Dann hat man natürlich Platz ohne Ende. Die Pico 4 kam mit 128 daher oder mit 256. Und die Pico 4 Ultra gibt es nur mit 256. Finde ich okay. Also mit 256 kommt man schon ganz, ganz, ganz gut über die Runden. Klar, die Apps werden jetzt natürlich alle ein bisschen größer. Das kennen wir von der Quest 3. Aber 256 finde ich ein cooles Mittelmaß. Wäre natürlich vielleicht schön gewesen, wenn man nochmal 512 dazu angeboten hätte. Ja, das sind erstmal so die groben Hardware-Daten zur Pico 4. Wie gesagt, optisch, außer der tiefen Sensor-Geschichte vorne auf der Front, hat sich eigentlich nichts geändert. Sieht sie genauso aus. Also sieht sie bequem, dann weiß ich das schon. Ich habe ja eine Pico 4. Kann man, ja, was heißt nicht meckern. Ich habe nichts anderes erwartet. Wurde vorher natürlich auch schon geleakt. Aber warum soll man auch Gutes jetzt irgendwie verändern, wenn es doch funktioniert hat. Ja, und jetzt machen wir mal so ein bisschen was. Ja, gehen wir ein bisschen mal ins Detail. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Mixed Reality an. Ja, machen wir Mixed Reality. Machen wir Pass-Through. Und jetzt habe ich hier so einige Daten. Die muss ich mal wieder ablesen. Ich kann mir das leider alle nicht mehr merken. Und wir haben zwei Farbkameras, RGB-Kameras. Und die sind jeweils mit 32 Megapixel dabei. Das ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Das ist wirklich eine Ansage. Aber das Ganze wird nur mit 8 Megapixel gesampelt. Ja, das heißt, 32 Megapixel nehmen das Ganze auf. Also euer Umfeld. Und 8 Megapixel kommen letztendlich bei euch an in der Brille. Und das wird so gemacht, dass aus 4 Pixeln einer gemacht wird. Ja, und gängige Smartphones nutzen diese Technik auch. Ich muss gestehen, ich wusste das bis dato gar nicht. Das ist jetzt auch für mich absolut neu. Also 2x32 Megapixel nehmen das Außenbild auf. Und ihr bekommt dann 8 Megapixel in die Brille. Aber Pico verspricht trotzdem, dass es ja ein relativ erzerrungsfreies Bild wird. Und die PPD wird ja wie gesagt mit 20,6 angegeben gegenüber der Quest 3 mit 18 PPD. Also das sollte schon ein bisschen schärfer sein. Es soll sehr natürlich rüberkommen. Die Apple Vision Pro wird es wahrscheinlich nicht schlagen. Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Kann ich aber nicht vergleichen, weil ich habe A keine Daten und B ich habe das Ding auch noch nicht benutzt. Aber der Pass-Through auf jeden Fall jetzt mit Tiefenwirkung und höher aufgelöst. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Die Farbkameras, die könnt ihr natürlich auch benutzen für 3D-Aufnahmen. Ja, ihr könnt mit der Pico 4 Ultra direkt 3D-Videos aufnehmen. Also ihr braucht dann kein iPhone 15 Pro Max. Bei der Apple Vision Pro müsst ihr das ja machen. Beziehungsweise ihr könnt auch mit der Apple Vision Pro direkt aufnehmen. Aber jetzt hier auch mit der Pico 4 Ultra könnt ihr das direkt machen. Und das Ganze funktioniert mit 2048 mal 1536 Pixel bei 60 Frames per Second. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Also wenn der süße Knuffelhund kommt, seht ihr auch im Video und haben die so als Beispiel, dann kann man den direkt so 3D-technisch aufnehmen. Und es gibt dann sogar später eine App, wo ihr in der Brille selber das Video bearbeiten könnt. Also ein Video-Bearbeitungssoftware soll mit an Bord sein. Und wenn ihr das Ergebnis fertig habt, könnt ihr es auch dann nach TikTok schieben. Ja, ByteDance ist ja TikTok. Also das soll alles direkt in der Brille drin sein und auch alles direkt dann funktionieren. Und was das Ding dann auch noch kann, wenn ihr jetzt Videos habt von der Apple Vision Pro, diese 3D-Videos, dann könnt ihr die direkt nativ abspielen. Also ihr braucht da nicht großartig rumeiern. Einfach Druck auf das Ding und schon könnt ihr euch die anschauen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ihr merkt, hier hat man so ein bisschen bei der Apple Vision Pro geschaut. Was kann die? Und die wollten ja so in die Richtung, also Pico Apple Vision. Und da merkt man jetzt schon so ein bisschen, wo das Ganze so hingehen soll. Ja, wie gesagt, zwischen den Farbkameras sind dann diese Time-of-Flight-Sensoren. So nennt Pico sie. Also keine richtigen tiefen Sensoren. Und die machen halt dann den tiefen Effekt. Ja, das muss ich natürlich beweisen, wie das Ganze funktioniert. Ob das mit dem tiefen Sensor der Quest 3 konkurrieren kann. Aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, selbst die Pico 4 ohne. Ja, es war 2D oder es ist 2D. Aber ich finde es jetzt nicht so mega schlimm, dass das großartig auffällt. Klar, Größenverhältnisse von irgendwelchen Gegenständen auf dem Tisch oder so, stimmten nicht mehr so ganz. Der eine oder andere hatte das Problem, irgendwie ein Glas zu greifen. Er hat immer daneben gegriffen, weil da dieser 3D-Effekt nicht da mit drin war. Ich persönlich habe da keine Probleme mit gehabt. Aber müssen wir dann schauen. Ja, kommen wir zur Batterie, die natürlich immer noch hinten ist. Und da gibt es dann auch ein Muschel was Neues. Ja, die Batterie ist nach wie vor hinten. Und sie ist jetzt ein bisschen stärker, hatte ich ja eingangs erwähnt. Und sie lädt jetzt mit 45 Watt auf. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Das heißt, das Headset dürfte eigentlich in unter einer Stunde voll aufgeladen sein. Das ist schon mega. Also die Pico 4 selber lädt auch sehr, sehr schnell auf. Das kenne ich, ne. Ich wollte was aufnehmen. Oh, nur noch irgendwie 20% Akku. Ich haue das Ding eben 20 Minuten am Netz. Und schon habe ich irgendwie 50, 60. Das war dann schon okay. Konnte ich wieder schnell eine Aufnahme machen. Die Quest 3 ist dann wohl schon langsamer beim Aufladen. Und jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich unter eine Stunde. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ja, aber diese bisschen mehr Leistung, die der Akku hat, die wird leider nicht sich bemerkbar machen. Was die Laufzeit angeht. Weil die ganzen Funktionen für die neuen Sensoren, Mixed Reality, Tiefenwirkung und so weiter. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Power brauchen. Dafür ein bisschen größerer Akku. Das heißt, die Laufzeit bleibt dann gleich. Pico hat nicht gesagt, dass die Laufzeit länger oder auch kürzer wird. Also gleich der Pico 4, trotz größerem Akku. Aber finde ich cool, dass man daran gedacht hat. Denke an die Quest 3. Da ist die Akkulaufzeit relativ meh, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das Ding richtig befeuert, das kann man ziemlich schnell leer saugen. Und da finde ich dann ganz, ganz cool, dass man dann den Akku hinten verbaut hat wieder. Wegen dem Tragekomfort natürlich auch, wegen dem Gewicht und wegen der Wärmeentwicklung und so weiter. Und das Ding dann gleich noch eine Runde größer gemacht hat wie vorher. Beim Wi-Fi hat Pico auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Hat nicht auf den alten 6er Standard gesetzt. Nein, man hat gleich Wi-Fi 7 verbaut. Und das finde ich wirklich mega, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe selber noch keinen Wi-Fi 7 Router. Aber ich glaube für alle Leute da draußen, die gerne Virtual Desktop spielen oder Pico Connect nutzen, also Wireless, PC, VR, für die ist das schon ein kleines Träumchen, oder? Ja, Wi-Fi 7, die Latenz wird noch mehr gedrückt. Also es geht noch ein bisschen besser. Die Bandbreite wird erhöht. Also das finde ich richtig, richtig cool. Und Pico geht ja auch Richtung virtuelles Büro. Da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass die Verbindung stabil ist, dass sie schnell ist, dass die Bandbreite da ist. Dass die Latenz sehr gering ist. Und hier hat Pico dann wirklich alle Hausaufgaben gemacht. Ja, Wi-Fi 7 ist mit an Bord. Die Controller wurden richtig geleakt. Ich habe auch nichts anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sie sind ringlos und ähneln natürlich sehr den Quest 3-Controllern. Ich persönlich brauche ich Ringe? Ja, nein. Es ist irgendwo cool ohne Ringe, ja. Ich habe aber schon mal gesagt, ich bin unter der Brille. Ich sehe die Controller eh nicht, ob sie aussehen wie eine Banane oder nicht, ne. Ihr kennt mich da, da bin ich ja so, ne. Klar, man kann sie näher aneinander rücken, ne, weil kein Ring mehr stört, ne. Aber ansonsten ist das für mich eigentlich persönlich relativ egal, ob da noch ein Ring drum ist, ja, nein. Was man sehr schön sieht auf dem Foto von den Controllern, sie sind geriffelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie sehr gut in der Hand liegen werden durch diese Riffelung. Ne, gerade wenn man so Sportspiele macht und ein bisschen Schweiß an den Fingern, kann das vielleicht schon so ein bisschen für den Halt sorgen. Aber ansonsten sehen sie aus wie die normalen Pico-Controller, nur jetzt wie gesagt ohne Ringe und werden dann wahrscheinlich auch von den Kameras getrackt. Wo Pico jetzt nochmal richtig geschraubt hat, das ist an der Auflösung der immersiven Apps selber. In der Pico 4 wurden die immersiven Apps mit 1500x1500 Pixel dargestellt und Pico hat hier richtig eine Schippe draufgelegt und die Apps werden jetzt mit 1920x1920 Pixel angezeigt. Das ist natürlich eine drastische Erhöhung und das finde ich auch richtig, richtig gut, damit das Ganze, ihr wisst schon, schön knackscharf wird, ja. Und wenn man natürlich dann so, ja, arbeiten möchte virtuell mit den ganzen Fenstern und so weiter, dann macht das natürlich Sinn, wenn man das alles sehr gut lesen kann und so weiter. Also ich finde das mega, jetzt die immersiven Apps mit 1920x1920. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zum Home-Menü. Ja, die Pico 4 Ultra hat ein bisschen was anderes mit an Bord, nämlich ihr könnt euch eure Fans da jetzt in Mixed Reality anschauen. Yay, ihr habt da schon lange drauf gewartet auf der Pico 4. Wurde ja nie nachgeliefert, warum weiß ich übrigens nicht, weil auf der Quest 3 ist das mittlerweile Standard, die Apple Vision Pro kannst du natürlich auch und jetzt auch auf die Pico 4 Ultra. Ja, ihr könnt dann wechseln zwischen virtuelle Realität oder halt Mixed Reality und könnt euch dann eure Fenster anzeigen lassen, euer Panel unten und so weiter. Ja, mit an Bord soll eine Videobearbeitungssoftware sein, hatte ich gerade schon mal erwähnt, oder die wird noch per Update nachgeliefert, das weiß ich jetzt nicht 100%, aber dann könnt ihr eure 3D-Videos direkt schneiden, bearbeiten und dann ab einer TikTok schicken. Ja, ist ja ByteDance, ne. Und ihr könnt nachher, nach einem Update, das ist sicher, das ist vom Start leider nicht mit dabei, könnt ihr 3 Fenster positionieren, wo ihr gerne möchtet und das Ganze natürlich auch in Mixed Reality, ne. Zack, zack, zack. Und das Ganze kann sogar euer iPhone sein. Also, Pico hat versprochen, man kann Android, iOS, Windows, ja, man kann das alles spiegeln und sich das in Mixed Reality anzeigen lassen, um dann auch zu arbeiten. Also, setzt euer iPhone ohne Kabelgebunden, einfach so out of the box, soll das zickzack zum Boom gehen. Das geht noch niemals bei der Quest, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn das funktionieren sollte, merkt man hier wieder den Vorteil des offenen Systems bei Pico, ja. Die sind ja ein bisschen offener, da brauche ich ja nicht so großartige Sideloading-Krimskrams, nur wie bei der Quest, da stelle ich das Ding einfach an meinen PC, kann damit machen, was ich will und bei der Quest ist das ja immer so ein bisschen, na ihr wisst schon, ne. Ja, das soll auf jeden Fall alles funktionieren, wird auch in so einem Bild hier wunderbar gezeigt, wie das sieht aus wie mit dem iPhone und so weiter. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen verwundert hat, die nette Dame in dem Trailer, die macht das ja auch mit diesem virtuellen Bildschirm, aber sie bedient diese dann mit dem Controller. Also von Hand-Tracking ist dort nichts zu sehen und von Hand-Tracking ist auch nichts zu lesen irgendwo. Also Hand-Tracking hat man überhaupt nicht erwähnt jetzt beim Pico 4 Ultra Release. Ich weiß nicht, ob das wieder irgendwo unterm Tisch gefallen ist, ob das später kommt, weil ihr wisst, bei Hand-Tracking hängt Pico ja so ein bisschen hinterher und das scheint auch bei der Pico 4 Ultra derzeit noch so der Fall zu sein, aber da müssen wir dann mal schauen, was die Tage vielleicht noch so kommt. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Preis für das Ding und wann es überhaupt erscheinen wird und das sage ich euch jetzt. Ja, das gute Stück soll 4.300 Yen kosten und das sind umgerechnet um die 600 Dollar, sind glaube ich um die 580, 590 Euro. Ja, und da kriege ich ein bisschen Bauchweh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man das Ganze jetzt mit der Quest 3 vergleicht, die ja ungefähr in derselben Preisregion liegt, aber einen echten Tiefensensor hat, ja, eine richtig gut gefüllte Bibliothek bietet im Store, dann finde ich ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, da geht man jetzt vielleicht so mit dem Preis ein bisschen runter, um zu konkurrieren, weil die Quest 3 S wird ja günstiger werden und hat auch keinen echten Tiefensensor. Aber okay, dafür sind die ein oder anderen Daten besser bei der Pico 4 Ultra und man muss das Ding vielleicht auch mal ausprobieren und dann vielleicht sagen, okay, 600 Euro, sage ich jetzt einfach mal so ein Preis, ist gerechtfertigt. Wenn man aber jetzt natürlich sich das Ding anschaut und sagt, hey, damit kann man ja arbeiten, man kann sein Mac, sein Windows-PC und was weiß ich, seine Android-Geräte spiegeln, ich kann damit arbeiten, das, was Apple ja gezeigt hat, die kostet 4.000 Dollar, ja, dann ist die Pico 4 Ultra natürlich ein Schnäppchen, gar keine Frage, wenn das dann alles wunderbar funktioniert und auch gut aussieht. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade im Mixed Reality sage ich immer, wenn man arbeitet, ich möchte dann, wenn ich meine virtuellen Bildschirme habe und ich habe zum Beispiel mein iPad nicht gespiegelt, so wie jetzt und habe hier einen Text drauf, dass ich dann natürlich auch mit der Brille das vernünftig lesen kann, vernünftig arbeiten kann. Also wenn die Pico 4 Ultra das schafft, dann ist es als Arbeitsgerät günstig gegenüber der Apple Vision Pro, keine Frage. Als Spiegelgerät aber immer noch, finde ich es dann, ja, gleich teuer wie die Quest 3 und da wird schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Pico sicher in der Vergangenheit nicht ganz so viele Gefallen getan hat, mit den Entscheidungen, die Pico 5 fallen zu lassen, Exklusivtitel abzugeben und so weiter. Der Store, da kommen wöchentlich fast nur noch Indie-Titel, die für die Quest im App-Lab erscheinen und so weiter. Ja, schwer, 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 aber apropos Spiel, Special Year Ops wurde angekündigt jetzt auch für die Pico 4 Ultra, ist aber auch im normalen Pico Store zu finden, also wahrscheinlich dann auch für die Pico 4 später erhältlich, müssen wir schauen. Aber hier haben wir wieder einen etwas größeren Titel, der sich natürlich auch noch behaupten muss, der ist ja noch nicht erschienen, aber der jetzt auch für die Pico 4 Ultra angekündigt worden ist. Ich hatte gehofft, dass noch andere größere Spiele wie zum Beispiel Alien angekündigt werden, dass man sich das aufgehoben hat oder Arizona Sunshine Remake, nein, keine Spur davon bis jetzt. Ich drücke natürlich weiterhin allen Pico-Fans die Daumen, dass sich da vielleicht noch was tun wird. Ja, das sind alle Neuerungen zu dem Pico 4 Ultra Headset, aber eine Kleinigkeit, so ein letztes Ding hat der Pico dann doch noch auf Lager. So, iPad weg, das kann ich jetzt wieder außen stehen greifen und die Rede hier von dem Extra noch zum Schluss sind die zukünftigen, ja, Pico Motion Tracker. Sie sehen komplett anders aus wie meine alten, ja, das sieht man hier und sie versprechen dann, ja, ganz Körper-Tracking. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ne, also die Dinger kommen jetzt auch nicht mehr hier oben irgendwie an die Knie, sie kommen jetzt wohl an die Knöchel und ich gehe mal davon aus, eine KI oder die Kameras fangen dann so die Arme ein, ne, so wie das die Media-Quest wahrscheinlich macht und da hat man ganz Körper-Tracking. Was ich sehr, sehr komisch finde in dem Trailer, sieht man wieder so eine Art Beat selber, ja, das Spiel hätte man eigentlich aufgegeben oder es ist wieder ein anderes Spiel und man sieht sogar ein Tanzspiel, aber Dance Central hat man ja eigentlich auch aufgegeben, hat man jetzt vielleicht sich doch wieder einen anderen Entwickler geholt, ne, weil gerade diese Motion Tracker machen natürlich Sinn bei Tanzspielen, ne, aber müssen wir schauen. Also die Motion Tracker, ich meine, die sollen später irgendwas um die 50 Dollar kosten, das weiß ich aber nicht 100%, aber in dieser Range ungefähr. Finde ich okay vom Preis und ich finde auch diese Tracker viel, viel besser wie irgendein KI-Gedudel oder, ne, die Quest denkt sich das ungefähr aus, wie ich gerade stehe, wie ich mich bewege. Das wird nie 100% akkurat rüberkommen gegenüber einer Hardware, die das natürlich immer direkt erfasst, wie ich hier meine Beine bewege, ne. Also Motion Trackers sind auch mit angekündigt worden, so halbwegs, ne, und kommen dann den nächsten mit der Pico 4 Ultra, ja, hoffentlich auch bei uns auf den Markt. Ja, meine Meinung, mein Fazit zu Pico 4 Ultra, es ist eigentlich das, was ich erwartet habe, die Leaks haben alle gestimmt und ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur, wie gesagt, bei dem Preis ein bisschen Bauchschmerzen, ob das Ding dann überhaupt, ja, hier, gerade bei uns in Europa, wo viele Pico 4 User unterwegs sind, ja, abholen wird, ob die bereit sind, jetzt sage ich wirklich später mal 600 Flocken auf die Theke zu legen für dieses Gerät. Das heißt ja nicht, dass das Gerät schlecht ist, aber sind wir ehrlich, die meisten von euch wollen ja damit zocken. Ja, ich ja auch, bin ja eigentlich ein Zockerkanal und da sehe ich dann echt ein bisschen schwarz, weil da hätten jetzt noch ein paar Spiele folgen müssen, die großen Titel, wo alle drauf warten, hatte ich gerade gesagt, Alien, Arizona Sunshine, Remake und so weiter. Ne, was da alles so auf uns zurollt, da hört man ja gar nichts von, ne, beim We Are Showcase, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat, ja, da war, glaube ich, nur ein Spiel, ne, hier Wonderland oder was, ne, das wurde noch für die Pico 4 mit angekündigt oder für Pico generell, alle anderen Spiele, da stand nichts von Pico, also das wird damit nicht sehr, sehr schwer. Ja, andersrum, Leute, die gerne am PC arbeiten, die das virtuell mit mehreren Bildschirmen machen wollen, die ihr iPhone spiegeln wollen, die ihre Android-Geschichten spiegeln wollen, das bietet sich schon an, also da muss ich sagen, das ist natürlich um einiges günstiger wie eine Apple Vision Pro, ist natürlich die Frage, wie weit abgespeckter wie eine Apple Vision Pro, was zum Beispiel die Grafik, die Auflösung und so weiter angeht, ne, was muss ich da für einen Kauf nehmen, wie viel schlechter ist es, aber die Mixed Reality Auflösung ist auf jeden Fall schon mal höher und besser wie bei der Quest 3, auf jeden Fall auf dem Papier. Ist alles nur Papier, ich habe das Ding noch nicht, ne. Ist ein schönes Headset, ich freue mich drauf, ich werde es mir auf jeden Fall holen, so oder so, vielleicht habe ich ja Glück und Pico, ja, schickt mir wieder eins zu, würde mich freuen, ansonsten würde ich ja bei diesem Fall wirklich mein Portemonnaie zücken und das Ding auch selber kaufen, weil ich möchte es auf jeden Fall selber ausprobieren. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen jetzt hier was damit anfangen, es ist immer ein bisschen schwer, diese ganzen Sachen immer so abzulesen, ne, und, ähm, weil aus dem Stehgreif habe ich es jetzt nicht hinbekommen, das sind mir echt zu viele Daten und, aber ich glaube, das funktioniert schon, ne. Ansonsten schaut jetzt gerne noch bei UploadVR.com vorbei, dort habe ich meine Infos übrigens sehr, Grüße an die Kollegen da hinten, wenn das Ganze in Deutsch übersetzt. Ihr könnt auch gerne nochmal bei Mix.de schauen, ihr könnt auch gerne bei den Kollegen nochmal vorbeischauen auf YouTube, die haben das Ding auch nochmal beleuchtet, vielleicht das eine oder andere auch nochmal irgendwo mitgenommen, aufgeschnappt, weil alles ist ja in Chinesisch gewesen, die ganzen Videos auch und so weiter. Und wenn ihr selber jetzt noch irgendwas rausgefunden habt, was ich vergessen habe oder ich habe wieder mal wieder was falsch erklärt, ja, bin ja auch nur ein Mensch, dann schreibt es jetzt wie immer in die Kommentare, kompliziert dieses Video, lasst uns drüber diskutieren, ich werde es natürlich alle beantworten, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr zum neuen Headset sagt, seid ihr begeistert, sagt ihr auch so, hm, hat wer toll, Software, Müll derzeit noch, ne, bei Pico, all das, schreibt es mal bitte hier unten rein und dann können wir uns da drüber, ja, ein bisschen, ja, ausreden, diskutieren und so weiter. Ja, wenn wir ganz, ganz in die Tiefe in die Materie rein wollen, also richtig diskutieren wollen, stundenlang, dann joint doch gerne jetzt unseren Discord-Server. Dort haben wir auch eine Pico-4-Ecke, die ist sehr, sehr gut besucht, also wir haben eine sehr, sehr große Pico-4-Ecke und dort wird jetzt auch schon fleißig geschrieben, ich habe es gerade schon gesehen, also joint dort gerne, wenn ihr dort noch neue Infos euch holen wollt, wenn ihr Infos habt, wenn ihr einfach mit der Community sprechen wollt über die Pico-4-Ultra, ist ein sehr, sehr, sehr cooler Ort und der ist auch sehr, sehr leicht zu finden, nämlich hier in der Videobeschreibung. Oder ihr gebt jetzt einfach, ja, ihr wisst es schon, ne, via-discord.de ein und schon seid ihr bei uns, wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so blöd heute wieder angestellt mit, iPad ist echt nicht so meine Welt, bin ich mal ehrlich zu euch, das wisst ihr, ne, weil lieber mache ich das so aus dem Bauch raus, anstatt immer hier so ablesen, ist ein bisschen dämlich, aber es war echt zu viel Infos diesmal und da musste ich ein bisschen improvisieren, nennen wir es mal so. Ja, dann hoffe ich, ihr freut euch auf die Pico-4-Ultra, die natürlich in Deutschland später Pico-4s heißen wird, ja, das habe ich ganz vergessen, ne, jetzt wisst ihr das, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende geschaut und dann hoffe ich, dass wir uns natürlich beim nächsten Video wiedersehen und vielleicht auch auf unseren Discord und ein bisschen über die Pico-4-Ultra schnacken können. Bis zum nächsten Mal.